Bist du wieder niedlich? Oh, bist du wieder fein? Oh, er schnurrt ganz laut. Die Pfote ist die andere. Das muss Liebe sein. Oh, du bist doch der Morris, du bist doch eigentlich Almas Freund. Naja, man kann ja trotzdem mal die Alicia putzen, ne? Oh mein Müschen, die legt extra das Öhrchen an, damit er besser oben dran kommt. Ingo. Toil. Naja, vielleicht wirst du jetzt ein Star, ne? Ach, wie fein. Genau, schönes Öhrchen ausputzen. Und einmal quer über den Kopf. Und ja. Jo, ihr seid so fein. Hm. Oh. Oh. Da hat ja deine Alicia anniesen, also wirklich. Juckt das Näschen. Hm. Und da liegt der Mali. Und so. Sieht aber auch süß aus. Was sind wir dann zu schnurren? Was sind wir?